HomeStreetHome, das ist unser gemeinsamer Lösungsansatz, obdachlosen Menschen zu einer Wohnung zu verhelfen. Mit unserer Kooperation zwischen ImmoScout24 und OneMoreWinter unterstützen wir gezielt die Organisationen, die dank erfolgreicher Housing-Konzepte obdachlose Menschen zurück ins Leben begleiten. Wir haben ein Ziel, mehr Wohnungen für obdachlose Menschen. Deshalb richten wir uns mit unserer Initiative HomeStreetHome direkt an alle, die eine Wohnung vermieten. Wir informieren über die Vorteile und Hintergründe von Housing First und benachrichtigen die Organisationen über jedes teilnehmende Wohnungsinserat aus Deutschland und aus Österreich. Aber warum machen wir das? Eine neue Wohnung bedeutet für die meisten von uns eine Verbesserung, ein Balkon, ein größeres Schlafzimmer. Aber für manche Menschen ist eine neue Wohnung tatsächlich eine neue Chance, ins Leben zurückzukommen. Deshalb ist es so besonders wichtig, dass Wohnkonzepte wie Housing First und andere bundesweit bekannt werden. Denn nur wenn Vermieterinnen und Vermieter schon im Vorfeld Bescheid wissen, worum es sich bei diesen Konzepten handelt, können sich die Organisationen, vor allem die Kleineren, wertvolle Zeit sparen mit der Aufklärungsarbeit bei der Wohnungssuche und sich so auf mehr Wohnungen konzentrieren. Als Marktführer für Immobilien in Deutschland unterstützen wir diesen Gedanken, zwar mit voller Kraft. Wenn Sie an wohnungslose Menschen vermieten, profitieren Sie nicht nur von der Gewissheit, einem Menschen ein neues Leben ermöglicht zu haben. Auch die sichere Miete, Versicherungsschutz der Objekte, feste Ansprechpartner durch die Betreuung der Organisation, die alle möglichen Risiken so gering wie möglich halten, zählen zu den klaren Vorteilen dieser langfristig ausgerichteten Mietkonstellation. Machen Sie mit und tragen Sie zu einem menschlicheren Wohnungsmarkt bei. Und so einfach geht's. Vermieten Sie privat, dann werden Sie bei der Anzeigenerstellung bei ImmoScout gefragt, ob Sie bei HomeStreetHome mitmachen möchten. Sind Sie eine Hausverwaltung oder ein Immobilienunternehmen, dann schreiben Sie das Hashtag HomeStreetHome in Ihren Anzeigentext. Und die Organisationen und Vereine, die Housing First und andere Wohnkonzepte verfolgen, erhalten dann per Suchauftrag sofort eine Nachricht über Ihre Wohnung und kontaktieren Sie dann in den darauffolgenden Tagen. Und Sie können sich dann von den Organisationen beraten lassen und einfach selbst schauen, ob der jeweilige Bewerber oder die Bewerberin für Sie als Mieter in Frage kommt. Wir möchten durch unsere Kooperation HomeStreetHome auf das Thema Wohnungslosigkeit aufmerksam machen. Vielen, vielen Dank an alle Vermieterinnen und Vermieter, dass Sie Menschen, die aufgrund von unterschiedlichsten Schicksalsschlägen auf der Straße gelandet sind, eine Chance zurück ins Leben geben. Vielen, vielen Dank.